...verkopfter Mensch, das ist anders als Deutsch und es ist irgendwie... Papa? Warum muss denn das Fahrrad hier rumstehen? Ich wollte dir nur Tschüss sagen. Entschuldige, aber ich habe mich erschrocken. Immer musst du weg. Ja, aber später feiern wir deinen Geburtstag. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ich weiß, aber diesmal komme ich wirklich rechtzeitig. Versprochen? Versprochen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020